Hallo und herzlich willkommen in unserer Ausstellung Garteneinsichten wie der Gärtner, so der Garten, Gartenkultur im Spiegel der Gesellschaft im Museum Burg Postestein. Ich bin Marlene Hofmann und ich habe die Ausstellung gemeinsam mit Christiane Nienholt gestaltet. In dem Video möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in die Ausstellung geben. In zwei Räumen geben wir einen kurzen Crashkurs in 1000 Jahre Gartengeschichte. Und zwar haben wir in der Ausstellung einen Bildschirm, auf dem man Gartentypen im Wandel der Zeit sehen kann. Angefangen vom mittelalterlichen Burggarten bis zum heutigen Urban Gardening in den Großstädten werden diese Gartentypen kurz vorgestellt und dabei unterstützt haben uns verschiedene Museen und Einrichtungen und Vereine in Thüringen, die wir hier dann vorstellen. Alle diese Orte kann man tatsächlich besuchen und für die Ausstellung haben wir uns zwei Schwerpunkte herausgegriffen, die für das Altenburger Land besonders prägend sind. Und das sind einmal die Bauerngärten im Altenburger Land und die Rittergutsgärten. Und dabei zeigen wir für die Rittergutsgärten historische Vermessungskarten, auf denen man die Grundzüge der früheren Gärten noch gut erkennen kann. Und andererseits haben wir fünf Instagramer aus der Region gewinnen können, die auf Fototour in den Gärten gegangen sind und sozusagen mit den Fotos zeigen, wie die Gärten heute noch aussehen. Manche sind wunderschön gepflegt und andere kaum noch erkennbar. Musik Bis zum nächsten Mal.